Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass man ein Pferd, das bewiesen hat, dass es ziehen kann, dass es Kraft hat, das soll man nicht auswechseln, sondern soll weiterhin auf dieses Pferd setzen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir erstens einmal zur Wahl gehen sollen, damit wir mitteilen können, mitgestalten können und zweitens vor allem nicht das Ungewisse wählen, sondern etwas, was bereits abrupt ist und das ist die SVP.